so meine lieben freunde in der heutigen blockflöten stunde geht es um die basics um die grundprinzipien von geschwindigkeit von arpegien und wie ich es euch jede stunde sage übt eure tonleitern in allen zwölf tonarten sonst wird das nichts also bitte g dur noch mal besser schneller schneller höher schneller ganz tonleiter alterierter lüdin flat 7 die mini scale die 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 So Leute, das ist genau das, was ihr zum nächsten Mal aufhabt. Und kommt nicht in den Unterricht, wenn ihr das nicht könnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020